Hallo Servus Christi, ich bin gerade in deinem Ohr und will dir zeigen, wie einfach das Laufen kann beim Kochen. Wenn du eine Idee brauchst, dann komm auf meinen YouTube Kanal und lass dich inspirieren. Ich freue mich auf dein Abo, Kommentar oder ein Like. Wir sehen uns und lassen es krachen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.